von wegen april april stefan raab kündigt ticketverkauf an meint es stefan raab 57 tatsächlich ernst erst gestern meldete sich der gefeierte tv entertainer mit einem video darin kündigte er an dass er gegen niemand geringeren als regina halmich 47 in den ring steigen möchte jedoch stand gestern auch der erste april auf dem programm wohl auch deswegen vermuteten viele seiner fans hinter dieser ankündigung einen scherz doch möglicherweise will der ehemalige tv total moderator tatsächlich die fäuste schwingen denn nun teasert stefan mit einem instagram post erneut sein comeback an und schreibt dazu der finale kampf 14 september tickets ab 15 uhr bei eventim steht der fight also während sich einige immer noch unsicher sind ob stefan es mit dem kampf wirklich ernst meint ist die vielzahl seiner unterstützer aber ganz aus dem häuschen egal ob april scherz oder nicht egal was es wird es wird legendär schwärmt beispielsweise andré mangold 37 in den kommentaren auch danny büchner 46 zeigt sich begeistert stefans fans sind zudem davon überzeugt dass er so oder so eine rückkehr plant wenn ich stefan wieder im fernsehen sehen darf kann ich sogar boxen gucken meint ein user überschwänglich sollte stefan tatsächlich einen boxkampf anstreben stünde seine gegnerin bereits fest denn regina nahm seine herausforderung bereits an zuerst die schlechte nachricht stefan kommt zurück wenn ich gegen ihn kämpfe und jetzt kommt die gute nachricht ich habe am 14 september noch nichts besseres vor wir haben einen kampf herausforderung angenommen erklärte sie auf social media sie es doch throw for wo 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 Vielen Dank.